Hallo. Hallo. In dem Video zeigen wir euch heute, was ihr im Kunstprofil in BK ab Klasse 8 alles machen könnt. Profilbildende Kunst vermittelt euch die unterschiedlichsten künstlerischen Techniken und Verfahren und erlaubt eine Auseinandersetzung mit Kunstwerken aus der Geschichte bis hin in die Gegenwart. Kunst ist sehen und entdecken, schmecken, testen und ausprobieren. Zeichnen und wegradieren, erfinden und verwerfen. Kolorieren und auf Schwarz-Weiß reduzieren. Cuttern, schneiden, reißen, vernähen und kleben. Fotografieren, neu kreieren. Walzen, mit der Hand verreiben, drucken, signieren, verschmieren, sich konzentrieren. Kritzeln, mal im Großen, mal im Kleinformat, im Dunkeln mit Schwarzlicht. Im freien, bei strahlenden Sonnenschein, liegend, stehend an der Staffelei. Tasten und fühlen, modellieren und bemalen, zuhören und lauschen. Rechnen, maßstabsgetreu entwerfen, überarbeiten und präsentieren. Und so viel mehr. Unsere Unterrichtsmethoden sind vielseitig. Spielerisches Erproben, experimentelles Arbeiten, fächerübergreifende Projekte, das Einbeziehen moderner Medien. Das Kunstprofil trägt dazu bei, sichtbar zu machen und fördert eure Eigenständigkeit und Kreativität. Mit dem Profil PK wird die Welt offener und bewusster erlebt und ihr herausgefordert, diese, eure Welt mitzugestalten. Ja, oder vielleicht auch mal ein Kunstwerk vor Ort betrachten. Exkursionen zu Kunstausstellungen und Künstlerwerkstätten sind fester Bestandteil. Kunst ist auch immer eine Frage der Gestaltung. Herr Faltini, war das heute die richtige Entscheidung mit diesem Pullover? Gestaltungsfragen sprechen wir auch im Kunstgericht. Erstmalen GRPS 어주 Sm records Künstlerwerkstätten